Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Story Saison 18. Um da weiterzukommen, habe ich was rausgefunden, das wusste ich vorher aber auch nicht. Hier, dieser schöne Schritt hier, der vorige hier. Nimm die wöchentliche Herausforderung erfolgreicher Expeditionen im Bereich Season der Plünderer in deinem Questmenü an. Ja, was das ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar ist es nämlich hier einmal im Questmenü, hier oben, das meint ihr hier. Szenar Herausforderung und dann das müsst ihr annehmen, erfolgreiche Expeditionen. Da steht es auch, das müsst ihr annehmen, dann kriegt ihr einen Kompass irgendwie oder irgendwie so ein Upgrade-Ding. Dann müsst ihr hier halt upgraden und dann geht es weiter. Und zwar egal was, heure, score, ut, den Servitor an. Ich mache mal das letzte. So, neuer Schritt, schieße die, das Piratenversteck, Wallauk, die Brutale ab. Okay, dann werden wir es mal eben direkt machen. Ja, mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ich muss gucken, ob ich alles richtig mit habe hier oder nicht. Ich habe jetzt mal die Zahl des Graben abgeholt hier. Das habe ich eigentlich nicht, das ist so, okay, klar. Okay, so, dann wollen wir das mal eben angehen hier. Moment mal. Ich glaube, ich gehe mal kurz in Orbit wieder. Irgendwas stimmt, ich glaube schon wieder nicht. Ach man, die ist geklickt, ne? Jetzt ist es da, okay. Ist vor allem nicht angezeigt, ne? So, Piratenversteck, die Brutale. Auch guter Name. Ist es hier mit Randoms? Ich weiß es gar nicht genau. Egal, wir werden es probieren, reingehen und schauen, was passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Ich werde es ja rausfinden. Hier auch. Sehr viele Aktivitäten zur Season 18, das gefällt mir. Einmal Catch, Crash, dann Expeditionsplaylist und jetzt hier noch einmal das Versteck. Jede Woche wird es wahrscheinlich ändern, neue Gegner kommen. Und ja, wir wollen mal schauen, was wir hinkriegen, ne? Wollen wir mal schauen. Jetzt haben wir mal hier zartes Grab, wie sagt man mit. Ich bin jetzt nicht komplett gut ausgerüstet hier. Da fehlt noch einiges. Egal. Oh, das sieht schon mal interessant aus. Bin ich alleine drin? Ja, okay. Egal. Diese Piratenfürstin heißt Valog. Sie ist eine Kabal-Deserteurin. Zu welcher Legion sie gehörte, weiß ich nicht. Das wird ein gefährliches Unterfangen. In diesen Höhlen tummeln sich viele, äh, widerwärtige Gestalten. Apropos. Ah, das wäre schon auch noch so. Er hat den Ruf mit harter Hand brutal vorzugehen. Na, zeig ihr doch, was wahre Brutalität ist. Ist gut, oh. Ich kriege auch so kaputt. Auf jeden Fall ist das Versteck voll Gold. Ist schon mal sehr nice. Okay, Mann. Du hast sie nie mindre. Das ist 성 Gallagher. Ja, das ist das schon. Das war nicht so brutal, oder? Tor aufschmeißen hier, oder wat? Schützen mag ich ja nicht. Das Geschütze ist nicht gerade hart ab. Meine Waffe gefällt mir auch ganz gut. Gehe ich da wohl weiter, bin mir ganz sicher. Oh, ist das die Brutale? Es geht nicht nur um ihr Leben, ihr Stolz steht auf dem Spiel. Eine führungslose Crew ist eine wertlose Crew. Schaff sie aus dem Weg. Ja ok, kein Problem. Oh, kein Problem. Gut. Gut. Ein Schutzschild ist nicht so schön. Ok. Die Erschungschild, ok. Alter, ist die stark, die Waffe Heftig Antiquitäten, in der Tat. Dahin führt also die Spur. Dann sollten wir diese Relikte besser nicht in Eramis Hände fallen lassen. Meinst du nicht auch? Ah, das wäre eine wunderbare Ergänzung für meine Sammlung. Was auch immer das ist. Ah, aber ich nehme an, du wirst des Misrax und seiner naseweißen Tochter übergeben, was? Zum Wohle der Elixni. Schön, Valog wird nicht die einzige sein, die nach so einem Relikt sucht. Lass sie uns finden, bevor Eramis es tut. Okay, so, nächster Schritt. Zu Helm fliegen, okay. Äh, Moment mal, wo soll ich jetzt hin? Besuche den Äther-Tankprojektor im Elixir Viertel, Viertel, nicht zur Helm, Aumann. Gut, fliege ich mal eben kurz falsch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dazu muss ich auch noch sagen, ist hier verdammt warm. Schieße vor Ort, Operation Gambit und Schmetzing mit Besiegeziele mit zartes Grab. Der Abschluss höherstufiger Dämmerungen, Schmetzing und Gambit-Siege und das Besiegen von Hüter und Gebär und Bonusfortschritt. Aha, aha. Herr Katwin hat natürlich fertig gemacht, das ist ja klar. Ich kann mich erinnern, wenn er aufwacht. Absolut, mir liegt es in die Viertel. Ich werde es jetzt abschließen. So, wenn wir das haben, dann ist es schon mal gut. Da kann ich mich auch noch auf andere Sachen konzentrieren, wenn das denn hier fertig ist. Relakt platziert, was ich gerade gefunden habe, glaube ich. Die Aktivität, wie gesagt. Eigentlich muss ich natürlich noch machen hier. Das ist eine nahe Herausforderung. So, was soll ich jetzt hin? Zum nächsten den Tank. Ah, hier. Der Projekt auch mal nicht. Hallo Hüter. Mein Vater und ich untersuchen bereits das Relikt, das du den Piraten abgenommen hast. Ich bin gespannt darauf, die seltsamen Energien, die darin wohnen, näher zu ergründen. Es war mir eine Freude, dir im Kampf gegen Eramis Flotte zu helfen. Ich hoffe, meine Unterstützung war von Vorteil, auch wenn ich die Härten des Kampfes eigentlich nicht gewohnt bin. Während meiner Studien mit den erwachten Techians spielten Schusswaffen nie eine Rolle. Ich bin stolz auf unsere gemeinsamen Fortschritte. Vielen Dank, dass ich Teil deiner Crew sein durfte. Ich muss mein Studium fortsetzen. Möge das Licht uns Kraft geben. Aha. Ein schnelles Gespräch. Gefällt mir. So, neuer Schritt. Spider-Besuchung. Natürlich. Guck, guck. Worauf hast du ein Auge geworfen? Spile-Spezial-Angramm, Spezial-Angramm, Spezial-Angramm. Goldene Mitte, oder was? Okay. Du kannst gehen. Okay, ich glaube, das war... Es ist egal, wie weit du gehst. Du wirst immer zu Spider zurückkehren. Fernlässe des Bootswands. Okay. Habe ich gekriegt. Ob das Gute ist und ich weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich geht jetzt die Quest nächste Woche weiter, gehe ich von aus. Wahrscheinlich ist es nächste Woche erst wieder, wenn es weitergeht. Naja, damals... Wenn die Relikt platziert, haben wir doch noch gar nicht. So. Cool, wir gehen dann kurz in den Orbit. Vielleicht lädt dann was nach. Wir wissen ja, Bungee ist da ein bisschen... Äh... Ja. Bungie oder Destiny 2 ist halt eben verpackt. So, Großmeister Catch Crash. Freigeschaltet, okay. Okay. Nö. Okay. Ja, da muss ich nochmal gucken, was es ist, ne? Aber sonst ist ja, glaube ich, nichts mehr markiert, oder? Nö, jetzt habe ich erstmal alles erledigt, soweit. Joa, ich glaube, das war es erstmal von der Geschichte von der Quest her. Obwohl, wie gesagt, das eine hier noch nicht... Besiege, bringe das erste Relikt in die Hellen. Besiege aus dem Kämpfer auf Europa, wenn du Kämpfer mit Erfusionsgewehr besiegst, erhältst du einen Bonusfortschritt. Relikt in die Hellen bringen? Alter, gerade. Habe das doch reingebracht. Naja, vielleicht auch im Back. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.